Als kompetenter IT-Full-Service-Anbieter aus Ulm mit den Kernkompetenzen Cloud-Services und IT-Security unterstützt die Systemhaus Ulm GmbH seit 1994 europaweit die IT-Infrastruktur ihrer Kunden. Die Systemhaus Ulm GmbH legt ein großes Augenmerk auf ein hohes Maß an Kundennähe, Zuverlässigkeit und Professionalität. Dadurch können wir unsere Kunden jederzeit vollumfänglich beraten und betreuen, sowie die Anforderungen stets zur vollsten Zufriedenheit erfüllen. Unter dem Dach der Systemhaus Ulm GmbH entwickelt Avieco hochleistungsfähige Computersysteme mit komplett lüfterloser Spitzentechnik nach dem Motto Enjoy the Silence. Die innovativen Systeme von Avieco zeichnen sich durch ihre Lautlosigkeit, Energieeffizienz und ihr stilvolles Design aus. Mit unseren Computersystemen profitieren Sie nicht nur von einem geräuschlosen System aufgrund des lüfterlosen Designs, sondern zusätzlich noch von einer sehr kompakten Bauweise sowie einem geringen Stromverbrauch. Unter dem Dach der Systemhaus Ulm GmbH entwickelt Neurosys das App-System Patient Concept, mit dessen Hilfe die Behandlung von chronisch und schwer kranken Patienten verbessert wird. Bei uns steht der Patient im Mittelpunkt und nicht im Weg. Mit unserem smarten Therapiebegleiter Patient Concept ermöglichen wir Ärzten und Patienten eine effektive Unterstützung für mehr Sicherheit bei komplexen Behandlungen.